Guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag, herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Gestern und heute haben wir drei Mitglieder des Deutschen Bundestags zu Gast, die die deutsch-süste-kosteuropäische Parlamentariergruppe vertreten. Ich darf Sie Ihnen kurz vorstellen, das ist Herr Josef Juratović, der Vorsitzende der Parlamentariergruppe. Frau Renata Alt, die stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe und Herr Hansjörg Müller, Mitglied der Parlamentariergruppe. Herr Juratović wird nun eine Erklärung abgeben, und wir laden Sie im Anschluss dazu ein, Ihre Fragen zu stellen. Herr Josef Juratović wird nun eine Erklärung abgeben, und wir laden Sie im Anschlussende der Parlamentariergruppe. Wir laden Sie im Anschlussende des Deutschen Bundestages, Parlamentariergruppe Südosteuropa, beziehungsweise zuständig für den Westbalkan VI, die Länder, die noch nicht in der EU sind, und sind gerade auf einer Tournee von Albanien über Mazedonien oder Nordmazedonien bis hin zu Kosovo, und versuchen als Parlamentarier zunächst einmal die Lage hier in der Region zu erkunden, vor allen Dingen im Zusammenhang, was die Reformen betrifft und weitere Entwicklungen in Richtung EU-Integration. Und daher haben wir bisher Kontakte mit dem Parlament gehabt. Natürlich als Parlamentarier ist uns sehr wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten der Bundesrepublik und Albaniens. Da haben wir Parlamentspräsidenten getroffen, wir haben mit den Ausschüssen gesprochen, also Auswärtiger Ausschuss und Europaausschuss. Heute haben wir mit Regierungsvertretern gesprochen, mit Edi Rama, und danach mit der Justizministerin und dem Innenminister. Ganz wichtig für uns ist auch auf diesen Reisen Gespräche mit der zivilen Gesellschaft, mit NGOs, um einfach und so gut wie möglich ein Bild über dieses wunderschönes Land zu machen, das sicherlich sehr viele Reformen in Gang gesetzt hat, auch, ich würde sagen, sehr fortschrittlich, was die Reformen betrifft, ist... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für uns ist es natürlich sehr wichtig zu erfahren, eben durch die Reformen, dass Albanien in Zukunft gut vorbereitet ist für die Eröffnung des Beitrittsprozesses in die EU, wobei wir ja den Beitrittsprozess in die EU nicht betrachten als den Beitritt, sondern Beginn eines Prozesses, der zu demokratisierung innerhalb der Gesellschaft, aber auch sozusagen fit machende Gesellschaft, für die Eröffnung des Beitrittsprozesses in die EU nicht betrachten als den Beitrittsprozesses in die EU nicht. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ............ ............ ............ ............ ............... ............ ............... ............ ............... ............ ............ ............ ............... ......... ......... Ich habe in der Region ein Land, wo man sich nach den Wahlen konstituiert, aber damit man Geld bekommt, aber dann nicht Regierung wählt. Das heißt, mit anderen Worten, dass man sich mit dem einen oder anderen Beschluss durch Parlament nicht einverstanden fühlt, auch was die Prozedur der Wahlen betrifft, dass vielleicht auch eine Wahl-Reform benötigt ist. Das ist alles legitime Forderung. Aber das kann man und muss man dann durch Parlament durchsetzen, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Zustimmung suchen und so weiter, aber nicht auf der Straße. Und eins ist mir sehr wichtig und liegt mir am Herze, das ist die Jugendliche. Und ich stehe hier für keine Partei, auf keine Seite, aber wo wir gerade dabei sind, dass die Demokratie durch solche Verhalten verspielt bei der Jugend, denn Jugend glaubt dann nichts mehr. Dann kann ich sagen, was passiert. Die Demokratie geht zu Grunde. Es wird sich die ganze Gesellschaft radikalisieren und ich weiß kein weiterer Fortkamp. Und weil jetzt konkrete Frage war, ob das darunter auch Politiker sind, der nicht in die EU möchte. Ich möchte jetzt an dieser Stelle niemanden ausnehmen, weder die Gesellschaft noch die Politik und ganz gleich welcher Koller. Und da ich erfahrung habe mit Region, kann ich heute sagen, hier, nicht nur hier in Albanien, sondern die ganze Region ist eine Art Senator-Syndrom. Und da ich glaube, dass ich heute sagen, wo ihr nicht nur hier in Albanien sind, also, nicht nur hier in Albanien, sondern die Region ist eine Art Senator-Syndrom. Und da ich mich unter andeinander sehe, dass ich heute sage, dass ich heute in Albanien, eine Art Senator-Syndrom, und ich glaube, dass wir in Albanien, dass wir in Albanien sind, dass wir uns das sind, dass wir in Albanien sind, Und deshalb ist es umso wichtiger, dass eben die Justizreform, dass die Kriminalitätsbekämpfung jetzt schon intensiv verfolgt wird, denn auch ich bin der Meinung, Kapitel Eröffnung und Beitritts Proces sollte mit Eröffnung von Kapitel 23-24 anfang. Aber das werden wir nicht umgehen können, denn es geht hier um, und das liegt mir am Herze um die Bevölkerung, um die junge Menschen, die eine Perspektive brauchen, und mir Blute das Herz, wenn ich sehe, dass folauta patriotismus die Menschen ihr Heil in Auslandshuken und nicht in ihrem eigenen Land. Und das ist die Hauptaufgabe der Politik. Und das ist die Hauptaufgabe der Politikern. Eine Frage. 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 Ich denke, wenn die Wahl stattfindet und das Verfassungsgemäß ist, dann dem entsprechen und akzenten setzen, was sie für ihre Zukunft wollen und mit weh. Unë personalisht nuk jam as kusht që të mund të ja po themi e receta apo rekomendime, të lavderoj dika apo të kritikoj dika tjetër. Êshtë bëndi jua edhe në qofse në datën 30 e shorë do të ketë zgjedje në të vëndë, kjo korespondon me përsektimet kushtetuse, atje është në dorën e qytetarve shqiptarë të vendosin se qëparë duan për dhardën me në tyre. Palin si në vetbewerb, ku unë i këvarte fëndën partajnë, da si sihti si në vetbewerb shtelën. Procesis gjëdharë është një konkurrim, një proces konkurrimi, dhe unë presë prej partive politike që të marrin pjesë në të proces. I bregencë, i bin i batsojk të afon, tështë të albanishtë beflkërën, se akut vajzë pasivil. Dhe nga ma tjetër është bëndjejme personale që povulli shqiptarë edhim jashtë njërë se qëparë du shëranë. Dhe albanishe beflkërën, neven dhe tatsë e halë da si in dhe EU vil, vil noh fil mea etwas andres. U në perspektive në integrimin europjane, në integrimin europjane, kur kon në shtapig rizddi xka të e tërën. Sie wollen gute Jobs, sie wollen gute Schulen, sie wollen gute Gesundheit System, sie wollen gute Infrastruktur, sie wollen sehen gute Sachen um die sich überhaupt nicht auf der Strasse Dreht oder in Parlament vielleicht. Wie muss ein Herz bluten von einem alten Mann wie mir, wenn sie zu schauen wie sein Son und seine Tochter das Land verlassen muss, weil sie hier keine Perspektive haben. Und da muss ich sagen, die Parteien, die Politik muss sie genau diesen Themen stellen. Und da werden sie ein Wunder sehen. Und da muss ich sagen, die Politik muss sie genau diesen Themen machen. Ich habe mich über das Respekt, Sie haben. Ich habe mich über das Respekt. Ich habe mich über das Respekt und diese Angeprung an politische Situation. In der Stierland, in Skopje, in Podgorica, in Prishtina, in Belgrad, in Sarajevo, in Zagreb, in Berlin, und in Paris. Ein-Urreigene Aufgabe von uns politikere ist sich diesen Themen stellen und nicht irgendwelche rauch-bomben zu werfen mit unwichtigen Themen. Die Menschen überhaupt nichts. Vielen Dank.